Ja muss ich sehen, ich glaube es wird auch mein letzter. Weiß ich noch nicht, sag es erstmal so. Wollen wir schnell hoch gucken, nicht dass da einer auf den hinten herankommt. Können wir machen. Ein Gehechel. Obwohl ich mit meinem blauen Helm wahrscheinlich gleich einer geklatscht kriege. Dann können wir zur Wetterstation dein erstes Signal besuchen. Jetzt hier auf volle Bude hoch. Na, du schaffst es. Komm schon. Cool. Ja. Gleich Hedger drückt das wieder runter. Ja. 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 hat. Oh ja. Geil. Ich bin einmal schnell zu der Satellinschüsse hier. Ja. Es scheint kein Skyfahrer da zu sein. Ich würde mal reingucken. Ja. Ihr hättet auch noch mal eine VPU. Nehme ich mal mit zur Sicherheit. Das ist einfach auf dem Dach an der Ecke. Sonst schnappt es. Okay. Was haben wir nach? Um rechts. Das war doch. Mann. Wie das denn, Alter? Alter, dieser Hurensohn, schließt doch die Tür. Ja nun, mein Junge, krieg die mal wieder ein. Da ist ja nichts passiert. Ah, ich sehe seine Beine. Okay. Ja. Hast du den geschottet? Ja, denke ich schon. Ja, ja, der liegt jetzt hier. Mimosin. Ja. Warte mal, wie viel brauche ich? 10 brauche ich davon. Läufst du hier auf dem Compound? Nein. Ich stehe vor dem Sniper-Skip. Ach so, okay. Du läufst? Ja, ich komme raus. Ich habe es reloaded. Ich gucke nochmal schnell rein. Vielleicht ist ja hier noch einer drin, aber das glaube ich nicht. Ich mache das. Was ist das? da oben auf der terrasse lief einer der springt gerade irgendwo welche runter ok ich renne mal links rüber zur pust an der mauer genau an der mauer auf unserer seite da an diesem wasser teil auf unserer seite oder drüben auf der anderen direkt davor direkt davor bei uns auf der seite geht es näher ran ich sehe den ja ich hab ihn ok cool cool nein doch nicht doch nicht hat er dich ja der hat mich was hat der geschossen alter was war denn das für ein monster ich war so was von auf seinen helmen drauf alles boah das spiel ist einfach manchmal so heftig flaschett schieße blauen hilmrad habe ich ihn hat gestöhnt jedenfalls oh ja hier liegt der pratsche breit weg dem ist level 35 Alter, ich bin schwer wie ein Schwein. Scheiße, John, Mann. Naja, wie zu machen passiert. Ich hab mir das extra sogar geklebt. Ich war so oft auf seinem Kopf und hab so oft drauf gehalten. Das ist der Wahnsinn, der das nicht schmeckt hat. Jetzt nimmt nochmal einen Fangschuss gegeben. Hab ich auch weggeblickt, wie so eine Wurst. Der Rucksack. Werde ich so hoffentlich wiederfinden. Geil, auch schon mal ein Spieler erschossen. Was ist denn das? Der Fester. Ja. Wie ist denn das? Oder fragst du mich was? Wo? Pannischer. Genau. Pannischer. Hart vier. Pannischer. 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 Timber. Ich war mir bloß nicht sicher. Ich habe, glaube ich, hier unten vorn noch Steps gehört. Ich weiß nicht, dass der mich jetzt hier sauber gelöst hat. Danke, Sperling. Bist du wieder da? Wie war es bei dir? Weiß ich nicht, ob da einer angelockt wurde durch Schiss oder sowas, weißt du? Hm. Ja, wo ist denn Skeff? Das hat sich aber angehört, wie oben im Ressort. War noch mit den Hunden weg, Abendessen, Familie und so weiter. Ach so, okay. Und jetzt machst du deine Runde oder hast du schon? Heute nicht mehr, schaue ich euch noch ein wenig zu. Bist du deinen DC fertig hast? Okay. Mist, hier kann ich nicht gut reingucken. Okay. 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 jetzt muss ich bloß das gebüsch wieder finden ich hab's 47 kg 47 kg 48 kg 48 kg 48 kg 48 kg Ja, nun ist gut, Junge. Man hat sie aber auch schlecht gesehen, man waren es zwei. Er hat uns wieder auf dem Schirm. Der dumme Hund. Was sitzt dort? Der dumme Hund ist weg. Hallo? das muss ich ausnutzen das ist so schön ruhig jetzt hier auf dem surfer irgendwie ja klar ich gucke jetzt hinten an das gefelsen noch mal jungen Der hat schon ins Gras gebissen. So, raus, geil. Perfekt. Ach man. Nee, perfekt wär's, wenn du auch deine Quest gemacht hättest. Ja, wenn ich's auch noch geschafft hättest. Ja, das stimmt. Aber umsache, einer hat's geschafft. Fünf Scafi's, also die Hälfte hab ich. Das ist so gut.